So, wir waren beim Thema Kleiner Wolf. Ich würde jetzt trotzdem erst nach der Karawane gucken. Karawane, die Karawane. Was muss ich denn tun, damit ihr mit dem Zeug auch handelt? Lagestellt ist es ja eigentlich, ne? So, was habt ihr Schönes? Teppiche, Silvarschen. Da sind jetzt wiederum die mechanischen Komponenten relativ günstig. Nehme ich die einfach mal mit. Leder hätten wir theoretisch wieder. Käse. Käse. Ein weibliches Huhn. Gib mir das weibliche Huhn. Ich will wieder Eier haben. Da, 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 da. Sehe ich das jetzt richtig, dass es hier keine Steine gibt? Nicht richtig, oder? Shit, shit, shit. Glaube ich kein Kalkstein. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt für mich, ich kaufe wieder Leder, oder? Oh, was kaufen wir noch? Hat mir jetzt zu viel dabei hier? Wir gehen halt wieder ein bisschen runter. Aber, oh man, ich hätte eigentlich echt gern... Wollen wir einen Teppich kaufen? Oh, das ist so mies, ey. Oh, mein Gott. Ich bin nicht begeistert. Ja, gut. Oh, man hat so. Jetzt gehe heim. Nix hier. Okay. Ich würde jetzt mal speichern. Und dann würde ich echt gerne mal diesen kleinen Wolfi kaufen. Ich will nur kurz gucken, was da, was da dann so passiert. Das ist gerade nämlich ein bisschen kurios. Ich würde das gern verstehen. So, was verkaufe ich denn dir? Wenn nicht Ziege mal? Zwei Ziegen verkaufen dafür, für den Wolf. So, und wo ist jetzt der Wolf? Also, der Babywolf? Verstehe es nicht. Echt, ich verstehe es echt nicht. Kein gekriegt, oder? Nee. Also, irgendwas passt da doch nicht, oder ist das jetzt... Nee. Wild. Okay. Okay, das erschließt sich mir gerade kein Stück. Äh, wir laden. Also, das... Also... Verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Sind dahinter. Falls es jemand weiß, ähm... Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe das ja ganz verstanden gerade. Das laden ist immer ein Kraus. Ja, komm schon. Gut. Dann kaufe ich den Wolf nicht. Letztlich glaube ich von selbst. Ein Wolf, wie für mich. Leider auch keine Ziegel, weil... Haben keine gekriegt. Muss hier jetzt wieder ein bisschen ran. Hier ist bald alles ausgehöhlt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal wieder jemanden schlachten hier, ne? Relativ viel Schafe. Inzwischen auch relativ viel Wollstoff. Okay. Okay. Also, es ist auch egal, aus was es ist. Hauptsache, es ist gut. Oh, das sind ja jetzt gut befüllt, ja. Okay. Dann hätte ich tatsächlich gesagt, können wir hier mal ein Schafi rausnehmen. Ausgewachsen. Null. 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 Jetzt geht es halt mit dem Bauen nicht weiter, weil wir halt kein Kalkstein gerade haben. Zoom gefehlt, so das ist schon mal vorbereitet für den Winter. Uch, der Herbst ist da, soll es nicht weiter stören, das kriegen wir schon hin. Die Eisblöcke sind auch in den Räumen, die sind doch passen eigentlich. Ach, da lag jetzt Eis, aha! Oder bitte mal das Eis rausnehmen, bitte? Weil das muss auf jeden Fall im Keller lagern, sonst ist es ja gleich down. Schmelzen die gar nicht? Ganzhaft? Die schmelzen im Keller nicht? Ach krass! Krass, krass, krass! Oh! So, hier ist der fermentierte Pfund. Lecker! Ich muss das, glaube ich, hier mal auftrennen, dass ich nicht zu viel... Ding eins, ich mache hier Kohl, Karotte, Rübe, Räuter, auch noch Flachs rein. Na, dass ich dann irgendwann von dem, was ich halt am meisten mache, wie Samen habe und der Rest fehlt mir. Deshalb trennen wir das lieber ein bisschen auf. So, der Turm wird langsam, das ist doch auch schon wieder nice. Es ist einfach hässlich hier sonst. Maschine Holzarten, das geht ja gar nicht. Mal ehrlich. Okay. Abreißen geht immer schnell. Geht immer flottiflott. So, dann haben wir auch wieder eine Treppe. Ich glaube, wir schicken gleich die Karawane wieder los. Das ist hier echt blöd. Kann natürlich auch sein, dass ich zu schnell bin und überall hingehe. Da war ich vorhin schon. Wir gehen mal hier hin. Dass die deshalb gerade keinen Stein mehr haben, kann natürlich auch sein. Führe mit der Esel noch. Esel, der Esel. Bop, 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 bop. Volt mit. Jetzt wahrscheinlich sogar. Ja, wir jetzt haben. Los geht's. Wie immer. Prost. Jetzt wird's bald kalt. Muss schon mal die Feuer anmachen. Wir sind im Schlafzimmer. So, wir machen's mal schon. Okay. Da will man's ja warm. Also ich zumindest. Ich muss warm im Schlafzimmer. Die meisten Leute schlafen ja lieber, wenn's kalt ist. Na klar. Und dann hätte ich gesagt, können wir eigentlich auch schon auf die Winterkleidung wechseln. Ich würd mir wünschen, dass das nicht einfach abschmeißen, sondern es wirklich dahin bringen muss. Ich hab's gehört. So hat das jetzt bei denen nicht geklappt. Bei Aetheric und Phil da. Warum haben die so ein Ding außenrum noch? Hinterkleidung schwach. Hol dir mal ne neue. Das sind glaube ich die, die halt ähm neu dazukamen zuletzt und die haben halt noch das alte drin. Ich weiß es nicht genau. Naja. Sieht euch warm an, Leute. Bei den Kappen müssen wir eigentlich auch noch was machen, gell? Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Kappen hab. Ausgezeichnete Kappen haben wir. 5. Was habt ihr denn so auf dem Kopf? Eine gute. Jede. Ja gut, aber auch nicht so schlecht. Gut. Dann lass uns mal. Hier ist die Leon. Schnaps. Wir brauchen Schnaps, 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 Schnaps. Ich mach das einfach mit hier rein. Zum Apothekertisch. Das passt optimal. Ich hab so Medikamente, das läuft. Ich hab so Medikamente, das läuft. Oh, es tut mir so leid um die Tiere. So, wo tun wir das Wolfsfell hin? In das Spielezimmer. In das Spielezimmer. Ah, wir haben viel Leder da. Schöpft. Hier halt ins Bett. Verzweifelt, durstig. Also, ich weiß nicht. Jetzt gibt's dann Schnaps, dann ist alles gut. Eisenbarren. Hab ich Eisenbarren? Anscheinend schon. Eigentlich hätte ich das da rein machen sollen und dann kann ich auf den Tisch hier rein. Na egal. Aluhol. Was war denn dafür? 20 Tutaten für die Destillation und 5 Brennstoff. Gutaten für die Destillation. Ah, okay. Aber ist doch blöd, wenn ich da das gute Zeug reinpacke, oder? So vom Prinzip her. Watscher. Kannst du meinen Brennstoff auswählen? Okay. Das ist mit Honig. Das ist mit Gerste. Ein bisschen mehr mal rein, oder? Hier können wir auch ein bisschen mehr machen. Warte. Oh, mein Telefon. Ah, guck mal, mein Wall. Fast fertig. Voll geil. Find ich nice. So, jetzt machen wir den Turm hier noch ein bisschen schöner. Ah, guck mal, mein Wall. Du, 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 du! Ja, da ist die Tür gerade weggebröselt, wo eigentlich das passieren dürfen. Wundert mich, jetzt war die Stand hier unten, sodass sie eingestürzt wäre. Crazy. Geh doch mal weg, du blödes Tier. Ja. Hä? Der war doch letztens noch unbenannt. Warum hat er jetzt bloß ich einen Namen? Habe ich zwei Hunde? Ich habe doch keine zwei Hunde, oder? Hunde? Nein. Nur einen. Komisch. Nein, ich habe zwei. Moment. Wieso habe ich zwei Hunde? Was ist denn da passiert? Wo kommt dieser Hund her? Wo kommt dieser Hund her? Ich habe auch keine Hunde so viel. Warum war das am Zielort? Okay, was gibt es hier? Der Brit hart. Mühler. Mühler. Kein schön Siegel. Jawohl, ja. Alles her damit. Tee, 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 tee. Ja, machen wir es halt schön daheim, ne? Ab nach Hause. Schön, die ätzend raus. Okay. Wird das nicht schon... Ja, okay. Sie kommen gerade wieder zu nix. Verlangen wir wohl einfach zu viel. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und scharf unbenannt gebar. Ja gut. Alles klar. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.